Hä? Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Da könnte man sich verstecken, warten bis sie kommen, rausplatzen und dann einfach piu 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 alle schießen. Ich glaube, das war in irgendeinem Actionfilm, oder? Kann das sein, oder bin ich da irgendwas am Vertunen? Irgendwo war das auf jeden Fall. Dies ist die Verkleidung eines Wissenschaftlers. Okay, danke schön. Jetzt habe ich die Verkleidung eines Wissenschaftlers und da ist nur der Pausenraum. Oh, Sanchez. Guten Tag! Ich bin Wissenschaftler. Oh nein! Das ist ein Dringwerker. Ah, ich bin schon so blöd. Ich bin schon so bekloppt. Mein Gott, ey. Ich glaube, das wird sonst keiner, kein einziger bekloppter Idiot machen. Das sollte für Abdehnung sorgen. Hilfe! Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie ich hier weitergehen soll Ich muss da auf jeden Fall durch den einen Weg Aber als Wissenschaftler dringe ich da ein Mit meinem wäre ich da noch okay Das ist die Kantine, ne Hier haben wir die ganzen Bomben, Minen, die alle machen Okay So, verkleiden So Genau Nee Ich hätte glaube ich gerne diesen besonderen Ausrüstung von dem einen Typen, der da ist Ich denke, das ist das, was mir weiterhelfen wird Ah, da ist aber auch einer davon Wieso sollte denn Sehr interessant, okay gut, ne, das ist nicht so richtig Okay Dann habe ich persönlich jetzt Jetzt gerade keine Ahnung, wie ich da so einigermaßen schleichend durchkomme So Gut Äh, durch Hier Das ist die Verkleidung eines Wissenschaftlers, okay Okay Muss ich nur noch irgendwie hier raus Oh, wieso ist da ein Typ hier hingekommen Hallo Also Bisschen haben wir immerhin schon Wir verkleiden uns als Wissenschaftler Machen diese Sicherheitssysteme weg So Ey, schon mal etwas So Hier durch So Ich weiß, was du meinst Das wird der Hallo Oh yeah, Baby Äh Hey, was geht ab? Haben wir den da hinten in der Ecke? So 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 Nein Nein Ich weiß nicht weiter So, was macht das hier? Das sorgt für ein bisschen Verwindung, aber für wen? Ich weiß nicht, ob ich mich so jetzt verkleiden soll und dann da durchgehen soll Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Das hat wohl keiner gesehen Glück gehabt Huuu Pio Immerhin schon mal den Teil hier geschafft Wow What? Super Dr. Valentine eliminieren Wo sie denn? Dr. Ashford eliminieren, die sind da Ich weiß eins, ich muss mich definitiv verkleiden, denn mit meiner auf Immer noch sauer wegen dem, was Dr. Valentine vorhin gesagt hat Hey, vergiss es einfach Der Typ ist oft etwas schroff, aber so sind Genies eben Soziale Komponenten So, tut mir leid Und du kommst jetzt hier rein Ah, Chamäleon Drei von drei Wir haben immerhin alles erreicht So Nein, da mit dir Forschung und versteckt Heiß bestimmt, wir müssen die ganzen Forscher dann hier verstecken So Ja Komm, du kleiner Knuffel da Ja Ja, der ist jetzt voll Nehmen wir mal die Kaffeetasse hier mit So Hoffentlich mal, dass wir uns ganz normal hier bewegen können Hey, wo ist unser Ziel? Da unten jetzt schon Das hab ich gesehen Warte Oh je Oh je Oh je Oh je Ich weiß nicht, was ich hier da machen soll Verkleiden, tiefer gehen Ah, schwer Naja, geil Ich denke, ich werde jetzt zuerst mal eine Pause machen Nach dem ganzen Aufnehmen hier Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Vielleicht dann mit besseren Ideen Oder ich gucke mir das mal an Und dann kann ich das so ungefähr sagen Dann sage ich schon Dankeschön Und bis zum nächsten Mal Ciao